Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Land of the Vikings. So, wo sind wir hängen geblieben? Ich glaube wir haben letztes Mal noch die guten Häuser erforscht und dann war es das glaube ich auch im Großen und Ganzen. Bin mir nicht sicher, ob wir noch irgendwo welche hingebaut haben. Was wir auf alle Fälle hinkriegen müssen ist... Ah, hier Poor House. Okay, also da werden nochmal arme Häuser gebaut. Auch in Ordnung. Warum? Keine Ahnung. Anyway. So, wie sieht es denn im Großen und Ganzen aus? Eigentlich sieht es an sich gar nicht mal so schlecht aus. Was können wir? Oh, guck mal hier, da kann geharvestet werden. Dann machen wir das nochmal. Wie sieht es hier aus? Da ist ziemlich voll. Da ist noch nicht so voll. Da ist auch ziemlich voll. Da ist voll voll. Okay, wie sieht es hier unten? Halt, ich glaube da drüben. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es noch in Ordnung aus. Aber da haben wir gesagt, da wollen wir wahrscheinlich eher so außen rum bauen. Ja, da müssen wir halt jetzt langsam, aber dennoch sicher mal hinbekommen. Denn, ja, der Winter kommt und das mit dem Essen wird irgendwie gerade nicht besser. Ja, also müssen wir... Okay, hier ist fast niemand mehr drin. Das ist natürlich auch ganz toll. Kannst du mal hier so... So, du hast Kraft. Das ist in Ordnung. Hier noch irgendjemand, der Kraft hat. 0,9. 0,9. 0,6. 0,9. 1, 1, 1. Ja. Ja, ist jetzt nicht so toll. Hoppala, das wollte ich nicht. Mein Gott, wieder vollkommen verwirrt. So. Hier runter, hier rüber, hier lang, hier durch. Wie sieht es hier mit diesem Haus aus? Mit diesem Haus sieht es aus, als ob... Da langsam, aber dennoch sicher was passiert. Hier haben wir das Knarr. Haben wir die Knarr noch weggeschickt? Wir scheiden unsere Knarr noch weggeschickt haben. Nach weggeschickt zu haben. Oder? Sehe ich das richtig? Crew? Is on duty. Macht da jetzt was? Oder habe ich das... Ne, offensichtlich haben wir die noch weggeschickt. Menschenskinder. Dann gucken wir mal, was da passieren wird. Wir gehen mal hier rum, hier rüber. Ja, das beim Essen wird irgendwie nicht... Nicht wirklich besser. Warum? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ah ja, genau. Hier ist... Die drin. Richtig. Ja gut, dann müssen wir wohl mal gucken, wie das denn dann ausschaut. Hier auch mit Häusern und dergleichen. Aha. Ja, der Winter kommt natürlich in zwei Tagen. Wir hoffen, dass die Felder noch einigermaßen... einigermaßen fertig werden. Also die könnten tatsächlich... Du könntest... Du nicht mehr wahrscheinlich. Das eine da könnte tatsächlich noch fertig werden. Da kommen schon die ersten Schneeflocken. Das ist nicht schön. Hier, da wird... Da wird... Da wird... Ähm... Wie sieht es denn aus? Hier mit... Mit unseren Turb. Ja, wir hätten... Coastal Farm Workers. Ich würde sagen, wir hauen da mal 22 rein. In der Hoffnung, dass da was passiert. Was fehlt hier? Hier mangelt es an Tierhäuten. Ja. Das ist immer so eine Geschichte. Ich denke nämlich, dass die hier... Schon langsam, aber dennoch sicher vor sich hinarbeiten. Aber was die da jetzt genau machen und wie viel davon und so, das ist ja... Ist immer so eine Sache. So, hier unten war doch auch nochmal eins. Hier, jawohl. Bitte abernten, die Herrschaften. Bitte ordentlich abernten. So, der ist nicht mehr. Der wird wahrscheinlich... Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir werden... Wir werden da mal gucken müssen. Und hoffen. Und wenn wir wieder ein bisschen Geld beiseite haben, dann... So, was bist du? Du bist ein guter Haus. Da haben wir tatsächlich eins hingebaut. Sehr schön. Dann können wir uns das nämlich mal angucken, was da... Was da passieren wird. Und ich hoffe natürlich, dass unsere Knare irgendwann... Irgendwann wiederkommt. So, ein guter Haus wird schon vor sich hingebaut. Das ist ja sehr cool. Ja, verdammt. Jetzt kommt der Wind da doch schon so viel schneller. Ah. Da ist auch so eine Geschichte, wahr? Ja. Dann tun wir jetzt nichts mehr. Das kannst du... Das kannst du aber gepflegt. So, was von verjessen. So, wie sieht es hier aus? Ja, ich weiß nicht. Also, das Essen geht ja schon wieder ein bisschen hoch. Ja, also 62 haben wir jetzt... Ich glaube, wir waren schon auf 7 runter. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber... Ja, ich weiß nicht. 58, so kurz vorm Winter... Hm. Ist jetzt nicht so prickelnd. Natürlich müssen wir auch wieder schauen, dass wir ordentlichen... Äh... Ordentlich Holzbestand haben. Ja, ist ja auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Geschichte, wahr? So, hier so rüber. Hier schön... Schön weg damit. Aber wir haben ja ein paar... Ein paar freie Arbeiter haben wir, ja? Ja, das wird... Halt. Kannst du mal bitte... Ich hätte bitte gerne dieses Haus. Dankeschön. Ja. Hier ist ziemlich voll mit... Allem Möglichen. So, wir brauchen 137 Bier und 68 Essen. Momentan mangelt es eher am Essen als am Bier. So. Hier können wir mal... Oh, es ist fertig. Okay, ist das gut Haus? Ja, natürlich, ne? Zwei Junggesellen. Von Expedition. Okay, dann... Oh, das sieht schon... Boah, das sieht schon... Das sieht schon cool aus, ne? Also... Ja, mach mal. Da können wir natürlich nicht rein, aber... Ja, so an sich sieht das schon ganz... Ja, da sind leider jetzt die Felder erfroren, aber ich hoffe, wir haben unsere... Ich hoffe natürlich, wir haben es geschafft, dass wir noch ein paar von unseren Speichern... Ja, füllen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber das hat mir wenigstens ein bisschen was noch auf die Seite gebracht. Dann haben wir hier... Dann haben wir hier... Dann haben wir hier... Ich würde gerne... Lasst mal hier... Hier ist nochmal ein gutes Haus... Storage... Gut... Ja, ich weiß nicht... Also irgendwie... Also das mit der Essensproduktion... Das haut irgendwie noch nicht so wirklich hin. Oh, Trade Dog, Clipyard, Fishing Hall... Ja, haben wir ja alles. War Dog haben wir noch nicht. Ja, Dekorationen... Da könnte man natürlich noch eine Menge. Aber wir werden mal hier... Ich glaube, wir schauen mal nach sowas. Meint ihr, ich würde sagen, wenn wir das so hinstellen... So... Und dann... Halt mit... Mit... Mensch, der Kerl macht aber auch schon wieder Dinge, ne? So vielleicht. Obwohl ist das... Ist das... Ist das realistisch? Dass die guten Häuser unten an den Dock stehen. Irgendwie nicht, ne? So, da ist auch schon wieder keiner drin. Wir hätten bitte gerne jemanden mit Hirn. Du hast gut, Hirn. Dich nehmen wir. So... Dann könnten wir natürlich ein paar arme Häuser hier runterziehen. Und ein paar reichere da oben rein. Aber das machen wir jetzt nicht. Nein. Wir packen uns jetzt hier unseren Pfad. Und dann gehen wir mal hier hin. So. Ah. Mhm. Ja. Okay. Okay. Nee, irgendwie finde ich das... Ja, wohl. Schau mal. Hier hin. Hier hin. So. Und dann können wir da oben hingehen. Und können da vielleicht mal so ein... ...hier mal so ein schickes Haus hinstellen. Hier so. So vielleicht. Zack. stellen wir da mal so ein großes, schönes Haus hin. Und dann hoffen wir, dass das mit dem... ...essen besser funktioniert. Wir machen hier nochmal eine kleine... ...kleine Rundtour. Ja, wir sollten... ...ja, wir sollten... ...ja, ich weiß, vielleicht sollten wir nochmal eine Mühle bauen. Ich weiß es nicht. ...ja, also... ...ja, also... ...nochmal eine Mühle und natürlich... ...deutlich mehr Felder. Irgendwie so. Ja. Bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber irgendwie... Hm. Ich schwehe es nicht. Hm. So, mach mal den so. ...ja, ja, colliding with trees. Vielleicht so. Naja, wir können sie ja... ...wir können sie ja mal hinstellen. Wir müssen sie ja nicht, äh, ne? Dann muss man halt mal gucken, wie man es am... ...am besten macht. Hier wird... ...noch nichts produziert. Hier fehlen schon wieder die Arbeiter. Das ist natürlich bombastisch. Hier, dich hätte ich gerne... ...und... ...du bist so weit weg. Du bist... ...ähm... ...pa, pa, pa, pa. Ja, hier nimm den noch. Okay, dann haben wir das. Da werden jetzt auf alle Fälle Häuser gebaut. So viele Häuser schon wieder, die wir benötigen würden. hier unten hier drüben ich würde fast sagen wir bauen hier noch mal ein stück was wir hier haben wir nicht aber wenn ich hier aber noch mal noch mal hier hier hin hier und wenn das wir uns unterhalten haben hier so haben die randa jawohl dann haben wir das und dann können wir da natürlich noch ein paar noch ein paar häuser hinstellen hier so ja ja he's colliding with everything hier dann vielleicht noch ein und dann oh gott hey and to the market nein wir werden wir werden das tun das habe ich aus zumindest heutiger sicht gehört das glaube ich eher zu den intelligenteren entscheidungen die wir da treffen können können wir bitte so ist glaube ich ganz gut dann bitte einmal so und einmal ja ich würde sagen wir packen es mal so hin dann können wir loslassen und dann kann man da im schlimmsten fall nochmal beziehungsweise wenn wir hier an der ecke ansetzen okay der war der war dumm ja hier hier das glaube ich macht ganz gut sinn das kann man mal machen es mangelt uns natürlich an wohn und lebensraum an allen ecken und enden dann entstehen da noch mal ganz neue wohnheiten hier hin so glaube ich macht das sinn und dann können wir hier vielleicht noch mal ein wohnen so so jawohl dann entstehen da noch mal ganz neue wohnviertel was ist das oh unser unser schiff geht zurück in 18 sunden aber unser schiff ist noch schon da bin ich jetzt okay es kommt ohne 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 geld zurück naja ist halt dann so müssen wir müssen wir mit leben hilft ja nichts was wollen wir tun aber haben wir jetzt unseren haben wir jetzt hier unsere 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 liste okay wir sind schon mal so weit wir können mal in den spiel of life eingucken wir haben ja das und dann müsste man mal oh was haben wir hier okay was bist du das wäre die taverne aber dafür brauchen wir acht würde sagen wir gehen erst mal hier hin und dann können wir mit den nächsten sechs äh gucken können wir hier die drücke kaufen okay da können wir noch mal die ding riesen brauchen wir jetzt so an sich nicht essen ist irgendwie ja ist so eine geschichte aber das passiert schon mal wenn du ständig irgendwie tieren niedermähen musst ne so ähm immer hier hin die okay das funktioniert nicht wie sieht es hier aus können wir auch nicht was haben wir denn jetzt eigentlich da gerade äh so wir haben nur einen kleinen ne ja stimmt stimmt wir haben ja dann nur ein kleines ding genommen ei 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 so da haben wir das noch da haben wir das noch da haben wir das noch okay okay hoppala hier raus aber irgendwie müssten wir ja hier ne ich würde sagen wir wir hauen auch hier noch mal ein feld hin food field hier hin hier geht so 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 und so jawohl und da können dann auf alle Fälle kann man da noch mal Weizen hin in der Hoffnung dass das da dann einigermaßen funktioniert was können wir hier ähm so wir können hier die Gnade dann äh auto select the crew okay dann ähm okay also das ist mal so wie viel brauchen wir denn äh ich würde sagen wir schauen mal hier dass die sechs Tage unterwegs sind und dann brauchen wir 30 Butter okay und dann wird das so schon mal nix also können wir das mal die Trost auf die Seite tun okay das ist nicht ohne wie sieht dieses Haus hier hinten aus boah schon ne das sieht schon gut aus mh 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 m hin und dann das sieht so an sich ganz okay aus, das kann man machen Bilder, Worker, oh hier ist jemand mehr, wir feuchten bitte jemanden mit Fuß du hast ordentlich Fuß drauf mit dir sehr schön Apropos du hast Fuß, was hast du eigentlich was wird hier gerade produziert okay, das ist sehr gut und jetzt natürlich die andere Frage, was wird hier produziert also Light Armor und Heavy Armor gar nicht mehr ja, das sieht dann natürlich schon okay aus so, die große Frage für mich ist jetzt natürlich ja wie sieht es aus mit so mit sowas wie Leder, wird es da nochmal was geben, können wir hier im Free of Life nochmal gucken, wie sieht das hier aus okay, ich würde sagen, das hauen wir auf alle Fälle nochmal raus was ist das hier okay, das können wir jetzt gerade nicht was ist das hier oh, der wäre natürlich auch noch gut gewesen okay, naja gut, aber was hilft mir, wenn sie zu höheren Preisen verkaufen, wenn so das bedeutet, wir brauchen sechs Stück davon wie gesagt, wie wir die bekommen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung oder ob die einfach nur Overtime generiert werden oh, was ist da, hä okay ist in Ordnung hier ist keiner drin, wir brauchen jemanden mit Kraft du hast Kraft das ist gut, gut hm, 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 hm ja, nimm mal den da wie sieht es hier aus da sind zwei drin apropos, da sind zwei drin hier sind auch zwei okay ja vorragend ja, da wird es langsam eng mit Futter aber ich wüsste auch nicht, wie ich das mit Essen auf die Schnelle verbessern kann also ich glaube, auf die Schnelle schon mal auf die Schnelle schon gleich zweimal, nicht, ne das sowieso nicht, aber wenn wir jetzt hier hingehen und dann auf und dann auf Petal Brand okay, und dann vorher hier und hier ja, mach mal so und dann loslassen und dann hier und dann food und dann hier und dann hier spüren gerade vielleicht, ja, so hingeht nicht und die underground sehr gut so, so mag ich das so, vielleicht sagen wir hier hin oh, okay ja, aber so würde das ja gehen, also kann man ja hier mal hinklatschen ne dann kann man hier hingehen dann kann man das da weg machen so dann kann man warten, bis das hier gebaut ist alles alles nicht so easy ja, der Crop's out there hab's verstanden, danke ähm, und natürlich vergessen äh äh, wir brauchen mehr Bäume damit die Leute nicht erfrieren so, hier vielleicht auch noch schön weg damit hier unten sowieso hier oben auch hier hinten auch hier auch schon wieder ein paar nachgewachten dann hinter zur Polemine über den Ewigkeitsweg ja, alles mal weg jawoll so sehr schön sehr, sehr schön so viel, so weit, so gut jetzt ist hier keiner mehr drin das ist auch top hier du bist du bist super, wie alt bist du? du bist ja du musst ja noch jung sein, oder? du bist ja hier ich schau dir das an 17 Jahre alt und ne hammermäßig so dann hier hoch hier hinter hier runter hm ja schwierig, schwierig 50 Essen aber irgendwie nicht so wirklich wichtig ne also äh vielleicht können wir mal hier hin Dekoration ja ein Firepit ist natürlich schon wir können nur so da hier so da ein hin da ein hin da ein hin da ein da ein hin und wollte ich jetzt natürlich nicht aber hey schön das ne ähm hier vielleicht so ähm okay äh nein hier ne so lässt du da mal bitte los und dann hier 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 ja kann man ja hier hin hier hin das sieht so an sich eigentlich ganz hübsch aus das kann man doch mal geht ab wo sieht das doch ganz hübsch aus hier kann man so ein holzkarren reinstellen da kann man mal so ein holzkarren reinstellen ja das sieht doch oder hier mal so hier mal so also hin dann ich weiß nicht was das hilft dass wir das machen aber hey wir machen es halt jetzt einfach mal ne so da haben wir das da haben wir das wie sieht es hier aus hier sieht es ziemlich leer aus wie sieht es hier aus okay da ist noch was drin da ist noch was drin da ist nichts mehr drin hier ist noch ziemlich voll wie sieht es hier aus okay können wir mal gucken gibt es hier noch einen zweiten der vielleicht ein bisschen ach schau mal der hier das macht auf alle Fälle hier du brauchst boah das ist weit weg das ist wirklich weit weg aber hey das muss ne aber die ist halt auch noch auch noch echt jung hier geht auch so okay ich weiß jetzt nicht hat der Winteropfer gefordert oder ich meine die Leute werden ja auch von sich aus nicht einfach jünger ne die werden ja auch von sich aus älter so dann haben wir hier voilà 39 hier ist irgendwie nicht so wirklich richtig ne wie sieht es hier aus da passt noch einer rein wir brauchen Glück vielleicht irgendjemand näher dran ja hier guck mal Glück und Hirn hat er nehmen wir da wäre noch hey da ist ja nochmal ein Fücherboot über schau dir das mal an 290 ist natürlich schon gerne mal den so dann haben wir das das und das wie viele sind okay wir können auch hier nochmal war gleich noch weiter weg aber dafür geht der hier ähm da sind keine Boote mehr also hierher zack Builder Fischerboot Builder Ship Builder Fischerboot ja hier was ist das hier Tourhaus was was war das ich habe keine Ahnung was das war so hier ist alles voll hier wird mit Essen und so und dergleichen dann können wir eigentlich nur hoffen dass der Winter bald vorbei ist ich meine lange dauert der sowieso nicht mehr ne lange dauert es ja sowieso nicht mehr hier ist jetzt auch schon wieder die nächste Family rein Single Family hier noch jemanden ja damit natürlich ordentlich ne und dann brauchen wir hier jemanden rein jemanden mit Power du bist das Power und das Arsch langsam du bist schön nah dran hier mit oh du wärst gut aber du bist hier war nein das passt hier okay war sie wohl doch so dann haben wir vier Kühe wir haben vier Kühe vielleicht nochmal jemanden ja du bist langsam aber das ist mir jetzt egal ja das ist okay das können wir so nehmen wir haben 51 wir haben 245 Leute wir müssen sehen dass wir Dinge auf die Reihe bekommen wir gehen mal hier unten noch hin werden hier bei Storage wir werden hier auf alle Fälle noch so wie haben wir dich jetzt angerichtet so haben wir dich okay das bedeutet wir nehmen dich jetzt und drehen dich mal so rum so einmal und und ja ich weiß dass die das nicht alles so ordentlich gebaut haben aber das ist mir egal ich möchte das so ordentlich haben zweimal so dann müssen wir gucken dass wir die Futter Speicher auf alle Fälle voll kriegen ja in irgendeiner Form so fällt passt mal auf wir gehen mal vorher da hin schön hier weg damit dann hier dann wo bist du hier nein nein ganz ganz sicher nicht ganz ganz sicher nicht wenn du überhaupt irgendwo hier ne hier sowas ein glas los wenn du hier irgendwo sowas hinbauen willst dann mach das bitte hier oben beziehungsweise wahrscheinlich erstmal der Park geht nicht warum geht hier nicht geht es nicht weil na stopp mal ja da schau mal einer guckt nein warum ist das schlecht für die ich hab keine ahnung erst darf ich weiß es nicht ich baue jetzt trotzdem mal hin mal gucken was passieren wird ja so schlimm kann es nicht werden dann einmal hier hin bitte das hier weg das müsste eigentlich relativ zügig gehen schauen wir bei denen so nach unten und dann hier so hoch mal mal gucken wie wir das regeln können da sind menschen unglücklich da sind schon die ersten Kühe ei 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 oh hier schon wieder keiner drin zack bitte ja das ist gut nimm den und äh hier hier und nimm den das ist glaube ich ganz in ordnung kann man machen dann hier mal den baum weg und vor allem hier mal die bäume weg hier weg damit so und dann würde ich sagen gucken wir mal können wir hier überhaupt noch ich glaube nämlich nicht light infantry was was ist das was ist für ein kack ok ähm die brauchen kraft und geschwindigkeit und ich möchte eigentlich keine berufe haben wenn ich ehrlich bin so können wir das nicht nach beruf sortieren das wäre so toll schauer müller ok du 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 ah und dann mangelt es uns an schilden und ok ich verstehe dann würde ich sagen gehen wir mal hier hin gehen wir mal da hin gehen generell auf produktion ok hier wird weiterhin produziert dann hierhin hierhin wir bräuchten hier nochmal jemanden bitte mit Hirn ja 111 das ist jetzt absolut in ordnung in ordnung ich würde sagen hier produktion und ich würde sagen zumindest hier diese light armor die kann man mal herstellen so dann haben wir hier das 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 der winter darf jetzt dann bitte vorbei sein der winter darf jetzt dann bitte sehr sehr schnell vorbei sein damit wir wieder ja und wir haben immer noch obdachlose ja das ist absolut krass dass wir echt immer noch obdachlose haben okay wir gehen mal hier runter wir gucken mal hier so dann so rum ja wir gucken mal dass wir das so hinkriegen so dann weiter so und noch mal gedreht so 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 kriegen wir das auf alle Fälle hin dann klicken wir mal ob uns das hilft apropos klicken wir mal hier hier und dann weil hier hinten haben wir glaube ich noch mal im Brunnen nicht mal das richtig so dann bauen den bauen den hier am Ende der Straße einmal und dann darf er nicht okay okay wir müssen sie wir müssen sie verbrennen ansonsten werden nur alle krank und das kann ja auch nicht hin und weg sein okay wo war das gerade ne nicht mal nicht mal dann und da geht schon wieder nicht ach fuja okay hier ist aber auch nicht drin wir gehen mal hier runter wohin bauen wir in halb mal dahin dann gehen wir hier hoch dann das da hier ein zweitagen des frühlingsbeginn quatschreis getrommelt und geprüft um bei odin äh dies lager ist voll okay ja nein wir gehen mal hier rüber hier ran hier hin da hin da glücklich muss er sein Hirn muss er haben wir nehmen dich das ist in Ordnung da passt noch mal ein Boot rein ähm hier bau ruhig bau ruhig das ist nicht so wild wahr so okay wir müssen gucken wo wird denn Essen gelagert Essen wird nur auf dem Markt gelagert ne wenn wir jetzt hier hingehen so Storage Marketplace und dann ich weiß nicht das kann ich auch nicht wo könnten wir denn den hier könnten wir den nicht wahr so wir gehen mal hier runter hier rüber wir versuchen das jetzt einfach wir bauen ihn jetzt mal dahin und dann sehen wir schon was dabei rauskommt und man merkt es ist wieder eine neue Aufnahmesession denn ich habe die Zeit schon wieder vollkommen aus den Augen verloren das bedeutet ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen was auch immer ihr gerade habt wir sehen uns in der nächsten Folge wieder vergesst nicht zu bewerten lasst gerne einen Kommentar da bis dahin und ciao bis zum nächsten Mal